Freuen Sie sich auf unsere Gäste und unsere Geschichten? Und Ihre Geschichten. Das ist auch richtig. Aber wieso? Die Gäste hören halt unsere Geschichten. Ja, auch endlich mal. Endlich kommt ihr auch mal zu Wort. Zerwagels und Oppenhöfels. Ganz ehrlich, dafür seid ihr doch da, oder? Ihr seid hier, um unsere Geschichten zu hören. So, ich kam neulich. Pass auf.